so moin meine freunde und herzlich willkommen zurück zu black myth wukong ja wir probieren jetzt doch einmal den dicken aus hoffentlich schaffen was jetzt so ein bisschen habe ich ja plan ach ja jetzt kommt wieder sein special move Oh, du wirst nie wieder sehen Sieg. Behold meine Mahavira! Wie kann die Malkulinshan nicht so großartig sein? Gehen die Farbe, Kokoda! Komm mit ihm! Uuhuhu Oi Uff Oh 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 nö ne Oh komm schon Auf zu nerven alter Okay er ist weg Was war dahinten Was war das denn Oh Oh Hä Oh nö Ne Das darf doch nicht wahr sein Das darf ja überhaupt nicht wahr sein Irrer Typ Na egal Ich probier's nochmal Wenn ich es jetzt nicht schaffen sollte Werde ich den Offscreen machen Und einfach das Video dazu Reinschneiden Andere Chance gibt's nicht Was Och nö Okay 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 Oder du wirst nie sehen Sie. Behold, meine Mahavea-Horde! Wie kann Malmögen sein, es ist Magnificent? Bist es ist es! Ha 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 ha! Even those on high must shall win it! Ha 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 ha! Those who follow me! Pursue life! Achtung! Ha 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 ha! Ha 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 ha! No one dies before a strike in their heart! No you! What? How was he now? Ha 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 ha! Auch nö. Will der mich verarschen? Der will mich wirklich verarschen, oder? Der will mich wirklich verarschen. Oh Gott, ich bin auch erledigt. Das darf doch einfach nicht wahr sein. Wenn das wenigstens ein Double-KO gewesen wäre. Aber nein. Du musst ja alleine KO gehen. Boah, geht der mir auf den Sack, der Typ. Leckt mich fett, ey. So. Probieren wir es. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. We're for its loot. Breaks up high. Oh Gott, we're for its loot. Oh Gott, we're for its loot. Breaks up high. Okay, er hat sich weg-teleportiert wieder. Leidende Sack. Ah. Okay, der macht da jetzt erst. Das ist gut. Böse Vermöbbit. Böse Vermöbbit. Nee, warum bin ich denn schon wieder tot? Darf doch nicht was. Aber ich war gut. Ich hab ihn diesmal richtig vermöbelt. Erst bei der Hälfte hat er diesen Mister jetzt gemacht. Ich glaub, das muss ich nochmal so machen, oder? Okay. Ich würd sagen, letzter oder vorletzter Versuch und dann, ja. Hätte ich nachgeliefert. Oh, nee. Okay. Okay, jetzt macht er das jetzt schon, oder was? Oh. Okay. Kann man hier rüber? Oh. Ah, klar. Ich muss ja gleich mal gucken, wie mein Leben aussieht, bevor ich den nächsten Angriff plane. So. Ah. Ouch. Okay. Oh nein, jetzt kommt der zweite Dings. Oh ja. Fui. Das hätte mir wieder gut einen verpasst jetzt. Oof. Oh. Oh. Oh! Oh, das wird knapp hier. Oh nein. Ja! Noch geschafft! Hui! Oh, man. Oh, man. I saw how this would end for you long ago. Keep fighting for others, and in time, you shall fall by their hands. Ach, hier bin sie ich. Ah! Oh, god. Weg ist er. Oh! 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 Was ist denn das jetzt? Hä? Aber ich habe jetzt noch nicht drei abgeschlossen, oder? Doch Ah, nicht gut Ah, nicht gut Ah, nicht gut Ah, nicht gut WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. You chose a means to an end, not to a proof. You so chaos in hearts just for the sake of winning. How absurd and pathetic. Kapitel 3, abgeschlossen. Ja, das wollte ich noch gar nicht. Der Vater- alter-boy, dared to find his own faith and proclaim himself Buddha. Your faith is firm and will unwavering. You resisted his lures. All those who were high and mighty found their minds lost and their faith stained. But was it truly because of their devotion to Yellowbrow? Kapitel 3 Weißer Schnee, Eiseskälte Okay So, Controller ist aus Geht's mal weiter Diese runde und strahlende Frucht bietet besondere Einsicht in das Zen Kannst du ja stimmen, voll Waffen genutzt werden Achso, okay, das ist das, was ich alles habe Naja So, vorheriges Kapitel, nächstes Kapitel Ansehen Ansehen habe ich jetzt keine Lust Wir können ja nochmal Zurückkehren dann irgendwann Musige Wangen Graues Haar, Kapitel 4 So, dann sind wir mal gespannt, was uns da jetzt noch erwartet Allerdings fangen wir natürlich mit Kapitel 4 jetzt nicht so an Ja, also Bis zum ersten Speicherpunkt My friend You suck gold Gold in my ass My bones are cracking For blocking this lord Step it up I gotta catch that feast on time Hear me out They say that hag Is a quirky ways Each season should wear to make Then devour him Once our lady brought her a wedding gift A mirror The past echo Which The past echo The lady often speaks of it with regrets I wonder why Let me finish, will you The hag gots the mirror And looked into it And for no reason at all She threw it away That soured her lady's mood She stopped visiting since then Gibbering and jabbering Couldn't even catch a wink of sleep this whole time What? Who's in there? How dare you spoil the gift from her? No place to find peace these days Hey, lovely Why don't you come down and join us? Ha 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 Leaving so soon Why the shyness? So Da haben wir Kapitel 4 Die Schweinebacke ist auch wieder dabei Ich hätte aber gern erstmal einen Speicherpunkt Bevor wir hier großartig durch die Gegend rennen Ich glaube nicht, dass es hier einen gibt Das wäre mir einer angezeigt worden gerade Das nehmen wir dann nochmal mit Das machen wir kaputt Hier ist ein Pilz Den nehmen wir auch mit So Schlankkopf-Pilz Umglänzt noch was? Das nehmen wir auch Dann Hey Schweinebacke, geh aus dem Weg So Hoffentlich kommt uns die Dame da noch nicht in den Weg Weil die sah böse aus So, der hier ist zerlegt Was ist denn das? Das ist ein kleiner Kumpel Okay Na dann Da kann man ins Haus rein, oder? Da ist noch was Ist doch mal gut jetzt Jetzt hör auf rumzumeckern, Dicker Wir haben echt zu tun hier Vor allem einen Speicherpunkt finden Hilf mir lieber, statt zu labern Oh oh Das Dorf Langsie Vergangenheit täte ich fest Was ist das denn? Mit dem kämpft der denn da? Okay So Und das wieder alles Ohne einen Speicherpunkt Vorher gehabt zu haben Die sind echt hart hier Was das Spiel angeht So Kommt doch bestimmt gleich Einen Speicherpunkt Ja Ah, schon erledigt Okay Oh, ich hab da jemanden gehauen Hat er einen Platz gemacht? Okay Ne Ich kämpfe mit ihm nur um die Ecke Okay Okay Ist ja mal gut jetzt Jetzt chillt doch mal alle Das geht nie ab, Alter Och nö Ist schon wieder so einer Oh Oh Gut 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 Ein Sockouren gestor. Ja, okay, gut, ähm, ja. Alter, was ist denn mit denen los? Die tickten ja nicht ganz sauber, wa? Naja, mal gucken, wo fangen wir jetzt wieder an? Ah, hier, okay. Gut. Alles klar, meine Freunde, da würde ich sagen, ähm, das alles und mehr in den nächsten Folgen. Bis dahin, äh, ja. Hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, natürlich einen Daumen nach oben, kommentiert, was das Zeug hat und ein Abo wäre natürlich auch nicht schlecht. Dann verpasst ihr nichts von dem... Halt die Klappe. Halt die Klappe. Ah. Nervt doch nicht. Stopp. Ja, ja, über dich auch Schande. Mein Gott. So, äh, ja. Abo, ne? Kommi. Und natürlich den Daumen nach oben nicht. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, genießt alles, was ihr habt und macht's gut. Tschö. 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 Vielen Dank.